man muss man also und herrte kommen hier auf einem weiteren spielte ich auf meiner Pidu und das ist das neunzehnte shopp-video das ist immer noch bis zum 15 Zeit auf jeden Fall ist heute wieder nichts Gutes im Shop obwohl es doch ein neister Shop ist Beepboss bekommt 10 Punkte denn ich das ist ein heftiger Skin also nicht hässlich sondern heftig ich feiere den echt hart ich überlebe mir den auch zu holen fliegende Untertasse bekommt neun Punkte finde ich das sehr nice Brettlingsklatscher bekommt auch neun Punkte feier ich auch Hula bekommt 8 Schaltkreiskiller bekommt 7 Hauptsystem bekommt 5 Glitzernde Streiterin bekommt 8 Spektralhacke bekommt 5 und Schlenker bekommt 6 damit haben wir einen shop von 67 der auch wieder sehr gut ist guter shop wieder nach langem und ja was wir als Belohnung bei rette die Welt haben 150 V-Works auf jeden Fall nice und tägliche Aufgabe und tägliche Aufgabe das würde ich bitte das Plankathon ok falls ihr euch dieses Video gefallen habt könnt ihr gerne bei Lugabar habe ich mir dreidesten vorbeischauen mir ein Abo und ein Like da lassen und die Glocke aktivieren falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt und dann würde ich sagen Ciao.